Schlaf ist ein lebensnotwendiger physiologischer Zustand, bei dem sich der Organismus erholt und regeneriert. Sehr oft beschweren sich insbesondere ältere Personen aber über Schlafstörungen. Die Dauer, die zur Regeneration des Organismus notwendig ist, wird durch die Fülle an Lebensaktivität geregelt, sowohl der körperlichen wie auch der geistigen. Es gibt keine präzise objektive Norm für die Dauer des Schlafs. Er soll so lange dauern, dass man sich nach Erwachen ausgeschlafen und ausgeruht fühlt. Statistisch wird angenommen, dass sieben bis acht Stunden ausreichend sind. Diese Angabe ist aber individuell verschieden. Ein kürzerer Schlaf ohne Unterbrechung kann ein intensiveres Wohlbefinden hervorrufen als ein längerer, dafür aber unterbrochener Schlaf. Was können Ursachen für Schlafstörungen sein? Folgende Ursachen können unterschieden werden. Erstens physiologische, zum Beispiel unangemessene Bedingungen. Zweitens psychologische, zum Beispiel Erlebnisse, Emotionen, Stress. Drittens toxische, Genussmittel, zu viel Alkohol, Alkoholkrankheit, Missbrauch von Schlafmitteln. Viertens somatische Krankheiten, zum Beispiel Schmerzen, Fieber, Atemnot, Juckreiz, Durchfall. Fünftens neurologische Krankheiten, zum Beispiel Stumpfheit, Parkinson-Krankheit, Kopfverletzungen. Sechstens psychiatrische Störungen, Angstzustände, Depressionen, Manie. Was kann man tun gegen Schlafstörungen? Um Schlaflosigkeit mit natürlichen Mitteln zu begegnen, sollten am besten einige der im Folgenden genannten Tipps ausprobiert werden. Wir empfehlen, Verschiedenes zu kombinieren und zu beobachten, wie die Person darauf reagiert. Der Ersatz von schlaffördernden Medikamenten durch natürliche Mittel und Methoden verlangt von den Pflegepersonen allerdings größeres Engagement. Damit können jedoch bessere Ergebnisse erzielt werden. Zudem schonen natürliche Mittel die Gesundheit, weil sie keine Nebenwirkungen haben. Im Folgenden einige Tipps gegen Schlaflosigkeit bei älteren Menschen. Übungen im Laufe des Tages. Körperliche Aktivität bringt viele Vorteile für unseren Organismus und hilft auch dabei, eine bessere Schlafqualität zu erreichen. Voraussetzung ist, dass der behandelnde Arzt keine Einwände äußert. Sie sollten ihn vorher dazu befragen. Wenn Sie mehr über mögliche Bewegungsübungen für ältere Menschen erfahren wollen, sehen Sie sich bitte den Abschnitt Fitnessübungen an. Neben den Übungen können Sie mit der älteren Person spazieren gehen, auch dann, wenn sie im Rollstuhl einsetzt. Frische Luft kann auch das Einschlafen zur Nacht begünstigen. Anstelle von Schlaftabletten haben sich heiße Aufgüsse aus Kräutern wie Melisse, echtem Baldrian oder Lavendel bewährt. Beruhigend für den Organismus wirken auch Kamille oder Johanniskraut. Ein älterer Mensch, der unter Schlafstörungen leidet, sollte möglichst ganz auf das Trinken von Alkohol verzichten. Denn Alkohol erleichtert nur scheinbar das Einschlafen. In Wirklichkeit stört er die Produktion von Melatonin, einem natürlichen Hormon, das unserem Körper signalisiert, dass Schlafenszeit ist. Es reduziert häufige Schlafunterbrechungen und verbessert somit das Wohlbefinden tagsüber. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, sollte die Person vermeiden, tagsüber längere Nickerchen zu machen. Diese wirken sich negativ auf das Einschlafen am Abend aus. Wenn es sich dennoch nicht vermeiden lässt, sollte das Nickerchen nicht länger als 30 Minuten lang dauern. Eine weitere Empfehlung ist, täglich um dieselbe Zeit schlafen zu gehen und morgens immer zur festen Zeit aufzustehen. Wenn sich der Betroffene trotzdem nicht ausgeschlafen fühlt, kann er versuchen, die Schlafzeit um 30 Minuten zu verlängern und zu beobachten, wie sich die Änderung auf sein Wohlbefinden auswirkt. Der Raum zum Schlafen soll ein Ort für optimale Erholung und Entspannung sein. Denken Sie daran, alles dafür zu berücksichtigen. Der Raum muss vor allem vor dem Schlafen gut gelüftet werden. Nutzen Sie außerdem Hilfsmittel, wie zusätzliche Kissen, eine Rolle oder eine weiche Decke, um die Person bequem zu lagern. Vermeiden Sie zum Abendessen schwer, verdauliche Mahlzeiten zu servieren. Sie können in erheblichem Maße die Nachterholung stören und verschiedene Verdauungsbeschwerden verursachen. Ein zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen eingenommenes Abendessen, reich an Kohlenhydraten, Gebäck- oder Vollkornnudeln, hilft bei der Regeneration in der Nacht. Denken Sie bitte daran, dass die genannten Maßnahmen nicht sofort wirken. Haben Sie Geduld und beobachten Sie, wie die pflegebedürftige Person darauf reagiert. Es lohnt sich, mehrere Tipps und Methoden auszuprobieren, um dann diejenigen anzuwenden, die tatsächlich zu einem gesünderen Schlaf und Wohlbefinden führen.